Musik Führten sie ein vergleichsweise sicheres Leben. Ansiedlungen entstanden vor allem dort, wo sich Handelsruten kreuzen und Menschen und neue Ideen aufeinandertrafen. Mitten im heutigen Deutschland, auf halbem Weg den Rhein hinab, entstanden drei Handelszentren, geschäftige und aufstrebende Orte, in denen die Ankunft eines Schiffes ohne reisender Händler Neuigkeiten und Aufregung bedeutete. Musik 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 Ja, das ist doch so, dass wir jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt nicht mehr so. Vielleicht gibt es die Städte, aber es gibt die Publikum, aber es gibt die Publikum. Ja. Obviamente. Was erwartet? Ich kann es sehen, ich kann es sehen, ich kann es sehen. Das ist gut. Ich kann es dir an, was ich? Das ist gut. Das ist gut. Please post an the other handpage. On the right handpage text. Wie ist das? Ja. Bloody hell. Alright, we'll go here then. This doesn't want to work for me, so I don't like you. Go on. Yeah, love you. Should be touch screen. Yeah. Go on the other side. Have a good blow. Really, son? Yeah. What? Mhm. You, son? Uh-huh. Vielen Dank. Vielen Dank. It's quite an interactive museum. I suppose it's... A bit like at Bristol. It's a German version of at Bristol. It's a Jewish museum. Yeah, it is. Wow, this guy is awesome. This guy looks like a pyro... Terror. What's going on there? No idea. Sorry. Okay, drop. This is some sort of little game or something. I think it is. Drop it. I don't know. Cut it. I don't know if that means wrong or wrong. That looks like a shoe horn. Yeah. That's like five... Check it at the same side. It's pretty dark. Hmm. Scale. It looks like luggage or something. What could you fit in there? It's cool. Groups four of the others aren't necessary for everything. Alright, it'll have to be necessary for this dude to try it. Alright. You just said that. So... Relax it. Put this in the middle. There's no speakers in the middle. It's alright. It's alright one second. If I'm moving it right, I'm right. But... I'll have to sit down. I'm getting there. I don't have that metal thing. It's worth the metal thing. Ah. I've got it. I've got a orange jeans. That's pretty cool. I've been trying to get poverty and hunger though. I actually crawl in there as well. Ja. Michael. Jähl, ich bin gut, neig. Ja, das ist ja gut. Ich kann es nicht. Ich bin gut, Alter. Ich habe die kleinen Feefe. Ja. Ich bin dann nicht mehr in diesem Ding, nicht mehr aufzunehmen. Ich bin dann im Boden. Oops. Who is in there? Over there. Over there. Over there. Look at your eyes.